Ich stehe hier am Eingang zum Spielsaal und ich würde sagen, ich nehme euch mal mit und gebe euch einen Eindruck davon, wie es da drin aussieht. Ja, das war der Spielsaal und das Einzige, was noch fehlt, ist die Öffentlichkeitsarbeitsecke. Die haben wir nämlich auch aufgemacht und die, wenn ich die Kamera einmal drehe, haben wir hier ein kleines Studio für Studios. Es ist halt improvisiert im Rahmen der Möglichkeiten für Bilder und Videos, Softboxen für gutes Licht. Und das ist die Ecke, in der der Öffentlichkeitsarbeiter hockt und euch die gesamte Woche mit allem von vor Ort versorgt. Ja, und das war es und ich hoffe, ihr habt weiterhin viel Freude.